Hallo Freunde! Na, wisst ihr wer ich bin? Kennt ihr mich? Äh, Moment mal, äh, Moment. Aber jetzt, ja? Ja, Logo, ich bin's, DJ Bahnhof 21. Ich meld mich hier eben nochmal live aus Los Angeles. Ich geh jetzt erstmal zu Aral, ja, Frühstück hol, ja. Ihr wisst ja, diese, diese ganze Produziererei, äh, die, die macht Hunger, ja. Besonders, besonders nach dem Koksen. Ja, halt so einen Tag später dann, ne. Ah, lass mal was holen, du. Guck mal, was mein Manager, was liegt denn hier, schon in der Scheiße hier. Ein Einkaufszettel, Eier, Brot, Salat, Marmelade, Wurst, Fleisch, Apfelsaft. Ah, diese alte Hackfresse. Soll er doch selber holen, das alte Arschloch, du. Ich bin doch kein Bringdienst. Ich bin DJ. Ah, kleines Mädchen. Du, kauf meine Platte. Ja, ihr seht, ich hab jetzt wieder meine andere Brille auf, ja. Ja, man will ja nicht ständig erkannt werden. Man will ja auch mal seine Ruhe haben, hier, an der Tanke hier in Los Angeles, ja. Ich bin ja ein wahnsinnig populärer DJ, ja. Bald DJ Bahnhof 21 ist in der Haus. Yo, oder bei Aral. Scheiße. Wie war die? Nee, die meine ich noch mal. Die nimmst du jetzt. Yo. Kennst du eigentlich DJ Bahnhof 21? Nein? Das ist schlecht. Du gib mir mal Zigaretten. Die sind nicht für dich. Mein Produzent will die haben. Ja, ich rauch ja nicht, weil ich bin ja so arg krank. Haben sie das gewusst? Nein, es ist ganz schlimm. Aber jetzt auch reifst du. Ja, es ist ganz schlimm, ja. Kennst du eigentlich Achim Glück? Noch nie gehört. Kann ich noch eine Brezel haben, bitte? Ach, klar. Achim Glück kennt er nicht, ne? Aber DJ, wie heißt ich, Bahnhof 21, ja. Den kennt er. Ja, jetzt noch nicht, ne? Aber bald. Bald. Jetzt bald. Ganz sicher bald. Jetzt muss ich ins Studio. Jetzt meine Laien legen, ja. Ich bin müde. Ganz末.